Willkommen 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 Zurück Hallo und Herzlich Willkommen Zurück zu der neuen Folge FIFA 17 jetzt jetzt ist das letzte Spiel der Gruppenphase im Champions gehabt genau jetzt und es ist immer noch verdammt eng da wir das letzte Spiel gegen Villarreal 2-0 verloren haben was sehr bitter war aber Zenith hat 2-2 gegen Juve gespielt also ist für uns eigentlich noch alles drin dann unentschieden ich denke mir nicht dass Villarreal sich die Butter vom Brot nehmen lässt gegen Juve haben wir bei einem Punkt die Chance in die nächste Runde einzufahren oder aber auch das Pech das Villarreal sich dann doch entschließt gegen Juve zu verlieren bleibt uns nur Platz 3 sollten wir einen Punkt holen und was Platz 3 bedeutet wissen wir alle das wollen wir nicht das würde nicht bedeuten dass wir in die Gruppenphase Gruppenphase Quatsch nächste Runde in die EuroLeague müssen und das will niemand also alles geben für drei Punkte Freunde nein da sehen wir die Tabelle ja Das war's für heute. Ja, der war nicht schlecht. Also wenn das mal kein Foul war, dann weiß ich aber auch nicht. Das war ja schon eine gute Ansage. Alter Treter-Truppe. Nein, jetzt war wieder rot. Zu wünschen wäre es ja. Finde ich ja nicht, wenn ich da kriege. Finde ich ja nicht. Finde ich ja nicht. Finde ich ja nicht. 1-2-4-1 vorbei Komm schon! Komm schon! Nein! Ah, der war nicht schlecht. Der war richtig nice. Hätte meiner Meinung nach auch ein Tor verdient. Aber Glück im Unglück. Was ist denn hier los jetzt? Ja, sehr schön. Ach, dieser Druck zu langsam. Komm schon! Komm schon! Komm schon, anlaufen, anlaufen. Seeeeeer schön haben wir das gespielt. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. Komm schon. Komm schon, anlaufen. Komm schon! Vielen Dank. Ah, den hat er gut gehalten. Sehr gut, 1-0 in die Halbzeit, immer schön, schönes Ergebnis, warmes, 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 Vilarial muss gewinnen, aber gut, man kann nicht alles haben, würde ich mal sagen. Auch Juno Sovitsch. Sehr geiler Pass. Need to take the Sauvitsch. Ich muss nicht, also die Kälte, also die Kälte. Für mich ist das wieder auf dem Motorradzentraten. Ich muss auch ein zweites Ton nachlegen, sonst ist mir das zu knapp. Guck mal, ich schau, du bist viel schneller. Ja, schneller bist du und der Abschluss war für den Arsch. Guck mal, ich schau, du bist viel schneller. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nix. Nix war das, nix. Das war noch weniger als nix. Nein, nein, nein. Jetzt aber nach vorne. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na, na, na. komm schon. Ach, keine Gefahr. Ja, dann kann man mal so hinten am 16er spielen. Ja, da kommt er nicht durch, der letzte Pass. Ärgerlich. Nein, was mache ich denn damit? Was mache ich denn da? Dass man nicht ein Elfmeter war. Oh, der war knapp, Freunde. Der war knapp. Der letzte Pass kommt irgendwie gerade nicht an. Sehr geil. Ja, das war's. Damit sind wir eine Runde weiter. Wir haben unsere eigenen Hausaufgaben gemacht. Wir brauchten keine Schützenhilfe. Schön eine Runde weitergekommen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Wenn es heißt, FIFA 17 ist an Bord. Ah, Villarreal hat sogar gewonnen. Sehr schön. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Vielen Dank.